und ja aktuell sieht es sehr gut aus und das muss es jetzt noch eine stunde und dreißig durchhalten komm bitte story haben wir durchgespielt in den ersten part zweiter werden wir versuchen durch zu waschen oder durchzuspielen wir werden auf jeden Fall so ein bisschen wenigstens weiter zockern versuchen schon mal die Grundstorys durchzumachen in den Stunden sie auf der fokken vor und das müssen wir facken ich hab ein Kontrollbildschirm zweihändig sogar einmal habe ich den Twitch-Livestreams auf aber den 144p und einmal bei der Zeit ich war seine Zeit ich bin in Priszen zweimal ich schraubte Dank ich randte Hörer und schraubte Dumpen und du siehst sie als Erwartungen diese waren die Möglichkeiten die ich hatte zumindest habe ich sie und wo diese Möglichkeiten hast du, Michael? sie haben mich richtig hier am Ende der Welt mit einer großen Haus und einer unendlichem Kind und ich bin dran mit dir zu sprechen weil niemand mehr gibt einen Schein ich bin vor allem dass ich endlich ein Geburten habe allein ich bin schuldig ich denke ich habe es die Luftkühlung ist natürlich kacke ich denke das ist alles wir haben Zeit für wir gucken uns darüber nachher in wiederal oder moin wo es über das Thema Computers geht und dann kann ich euch noch mehr erzählen ich kann euch das erzählen ich bin halt am Schlauesten wenn ich dann das erzähle mit euch mit euch darüber nachgegeln so zweiter Park hart wird mir erzählen wir werden auf GTA 6 noch streamen wenn es raus kommt ich habe gerade den Livestream schon mal heruntergeladen den ersten Part nenne ich es mal den zweiten Part werde ich hoffentlich durch rocken noch sieben Minuten werden es hoffentlich 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 mit ich muss diese Einstellung für jeden Fall mal weg machen mich geht das aber nein wir werden weiterspielen wir werden weiterspielen auf das mit das mit Ich weiß nicht, wie du fühlst. Ich weiß nicht, was ich bist. Was ist der Koffer? Ich habe eine gute Leid. Ich glaube Kühlschrank Kühlschrank Ja jetzt können wir gleich wieder fahren in das Sattel Ja Man weiß ja wohin, man weiß ja wie Man weiß ja was abgibt Man weiß ja wie Wie ist das? 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 Die zweite Folge ist live vorbei. Das ist aber sehr easy. Ach, das ist mir ein Wettbewerb. Das war's, Homie! Das war's, Homie! Gang crime is on the rise and politicians are blaming lack of media coverage and sensation. Popularity of gang movies is focused on... I'm gonna make a withdrawal, Homie! You dumb motherfucker! That's the Union Depository! Let's go no longer have movies to work above the danger of making bad choices. So... Das haben wir auch schon mal durch! That bucket don't look like the whip we picked up! Und das hat sich sehr gut aus! Existent damage, motherfucker! Komm! Beruhig dich! Beruhig dich! Hoffentlich geht es wunderbar mit der Aufnahme! Wir werden GTA zocken! Äh... Eineinhalb... oder... Ja... Eine... Eine Stunde und zwanzig! Und ja... Jeder ist auch schon gestartet! Wir sind da, wo wir den Leistungen aufgehört haben! Wir sind da, wo wir den Leistungen aufgehört haben! Wir sind da, wo wir den Leistungen aufgehört haben! Wir sind da, wo wir den Leistungen aufgehört haben! Wir sind da, wo wir den Leistungen aufgehört haben!